Hallo Tor, ich habe alles wieder aus Versehen beendet, da war es nicht schlimm. Wenigstens ist der alte S-Bahn da, weil ich habe den alten S-Bahn seit Längern nicht mehr gesehen. Da kommt drüben noch eine S-Bahn. Ja, der S2 Richtung Erling. Tschüss, alte S-Bahn, tschüss. Ah, der Schranke ist noch zu, okay, da kommt noch was. Oder doch nicht. Okay, Schranke ist schon offen. So, da drüben ist eine S-Bahn reingefahren. Okay, dann tschüss Leute, hau rein. Rönniki.